ehrlich vor Hallihallo leute hier ist der guzua ich möchte euch jetzt mal kurz einfach wirklich richtig gut zeigen wie ihr am besten fahren könnt ja tausend videos gibt es dazu wie mache ich was am besten und wie auch immer warum sollt ihr das von mir hören ja ich zeige euch das mal ganz kurz ich habe das heute und gestern wirklich noch mal knallhart durchgezogen dieses keine aufforderung dazu irgendwie die schule oder sowas vernachlässigen nein aber es ist einfach mal ein fakt dass ihr zu dieser zeit wo ihr euch eben in der schule befindet einfach megamäßig erstens loot bekommt klar und nicht angegriffen werdet also wie gesagt noch mal ganz ganz wichtig ich blende das auch noch mal ein Es geht darum nicht die schule vernachlässigen wie gesagt ganz ganz wichtig das hat auch ganz klar weil coc ist einfach nur ein spiel nur just for fun alles cool wenn ihr eine richtig gute schulische ausbildung habt könnt ihr alles werden was ihr wollt sage ich jetzt mal in anführungsstrichen wenn ihr aber sagt hey cool coc ist total geil ich scheiß da drauf und spiel lieber coc und scheiß auf schule nein wie gesagt ganz knallhart ganz knallhart nein aber ich zeige euch das jetzt mal kurz auf meinem ich sag mal größeren account da seht ihr hier schon mal Da wurde ich angegriffen und da wurde ich angegriffen das sind einfach mal ja dreieinhalb stunden dazwischen und dann habe ich nicht weiter angegriffen deswegen wurde ich jetzt nicht noch mal angegriffen jetzt zeige ich euch aber was ich in der zeit hier gemacht hat guck mal hier nur einfach mal kurz auf die zeiten gucken also ihr seht ich habe doch ein paar mal angegriffen in dieser gesamten zeit das war mein erster angriff und dann ging es los so hier guckt mal Oh jetzt auch nicht der mega loot brauchen wir nicht drüber reden hier das war auch nichts aber hier richtig nice Guckt mal hier kurz danach zack da einfach wieder rathaus gesnackt dass ich da einfach wieder cool dabei war Sind nicht die uns um das wäre weiß ich selber aber ich kann es auch erklären warum weil ich halt wie gesagt Wenn ich beim kunden bin beziehungsweise beim kunden rausgehe bin fertig geht zum auto hohe ich das handy raus zack zack Okay noch mal kurz gedaddelt ein bisschen gesucht fertig da setze ich mich nicht ran wie ich jetzt zum beispiel da sitze am rechner und kann da irgendwie eine halbe stunde suchen oder sowas nein wirklich nur einfach geguckt und fertig dann hier so ein ding so eine sachen kann man richtig richtig cool reinhauen und mit dem anderen account ganz genau dasselbe also ihr seht man wird einfach nicht Angegriffen das ist richtig richtig krass so dass dazu jetzt seht ihr das mal auf dem anderen account bis gleich So und da bin ich schon wieder wurde jetzt angegriffen Ihr könnt das euch mal rein drücken was ich jetzt schon wieder mit level 47 an Mauern hier gemäxt habe ich habe schon angefangen wieder Mein townhall zu appen weil ich wirklich gemerkt habe sind wir ehrlich das bringt uns auch nichts was soll ich sagen Oh, ja ich gehe komplett auf max 6 zum beispiel ja und bringt mir aber nichts weil ich Ohne ende elixier habe aber es gar nicht mehr verwenden kann ich habe ohne ende elix und es bringt mir nichts mehr das ist totaler blödsinn Dann lieber hochgehen aber jetzt dazu Das habe ich heute nicht gemacht heute habe ich mich mit dem account richtig ja zurückgehalten Obwohl guckt mal hier Kleinen moment auch nur ein angriff gewesen mal gucken wie oft ich hey 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 doch einiges Guck mal hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben sieben angriffe ohne jetzt Geboostet zu haben bitte daran denken ich habe nicht geboostet und guckt mal Das ist mit einem account der level 47 ist Und meine truppen ja dementsprechend low sind hier Was ist hier was geht hier guckt euch das doch einfach mal an Was ich hier nach hause bringe Klar die liga hat natürlich auch was dazu zu tun also ich bin jetzt echt silber drei Ja läuft Also kann ich gar nicht meckern und Rennt halt also wirklich ist es mega gut ich guck mal da da waren nicht mal alle truppen am start Und so eine sachen bekommt die hier guckt doch einfach mal so etwas kriegt ihr Und dann einfach nur ja ob ich verliere oder gewinne who cares vollkommen egal Und einfach nur weg gesnackt und fertig und dann kurz gewartet dann sind wieder ein paar truppen am start gleich Die nächsten durchgezogen Das ging richtig entfett Also gestern habe ich so gemacht ich habe mir kurz die magie des magiaturm upgrade erfarmt Und dann war ich aber nie blödsinn ich habe vorher die Klanburg noch angestoßen gab das eine mal Und weil ich dachte ich hätte ich glaube die klan book hätte irgendwie 800 genau die hätte 800.000 gold gekostet und der magiaturm 720.000 und ich dachte ja okay jetzt hast du 760.000 klar könntest du magiaturm schubsen und dachte ich ach komm nee egal haust erstmal die cb spaß drauf cb rausgehauen und fertig so und schwuppdiwupp war ich dann auf einmal schon wieder nach dem upgrade Auf einmal auf 600k gold Aha ich habe es nur nebenbei gemacht nicht irgendwie Professionell drange gesessen also echt mega prall das ist mein tipp an euch wie gesagt wie es mit dem farmen geht wie gesagt noch mal ganz ganz knallhart Vernachlässigt nicht die schule die ist wirklich das a und das o ganz klare sache Aber wie gesagt wenn ihr ich sage jetzt mal ihr habt irgendwie klar ferien überschneiden sich irgendwie immer mal ein bisschen Dann so eine zeiten nutzen oder wenn ihr halt wirklich mal krank seid nicht wirklich Ohne scheiß nicht krank machen wegen seiner scheiße wirklich da muss ich ja wirklich sagen wegen seiner scheiße weil ich selber eben als Vater person halt eben auch sehen muss irgendwo wenn ich wissen würde meine tochter Hört oder oder wird schlechter nach schule wegen so einem ich sage es ja immer da muss ich es wirklich mal sagen wegen so einem dreck Das bringt es absolut gar nicht ganz klare sache da sehe ich auch keinerlei ausreden Fakt ist wirklich schule geht vor danach könnt ihr alles machen was ihr wollt wenn ihr einfach eine gute schulische ausbildung habt Ich will das einfach wirklich sagen weil wir sagt wenn man euch jetzt als Schüler sage ich jetzt mal vorlebt hey hier machst du youtube verdienst denn deine kohle hier und alles ist locker und swaggig nein Macht wirklich was ordentliches lernt was ordentliches und dann passt das auch Ja ich weiß war jetzt ein bisschen Die bildungs keule rausgeholt aber so ist es halt dafür habt aber auch was gelernt wie gesagt also farmen wirklich am vormittag und einfach total easy truppen bogies kobe ist und fertig dann seht ihr halt eben wirklich ich gucke ich gucke mal nochmal in einen rein hier schauen wir mal Hier gucken wir in den war rein Da gucke ich also hier war es zum beispiel so einfach klar in dem bereich droppen wo man halt eben nicht von der masse gekillt wird vom flächenschaden Logisch und ich musste natürlich gucken es ging mir nicht ums alex sondern ich wollte ja eigentlich nur das gold alex hätte ich gar nicht mehr ziehen können weil ich Komplett voll war aber dann gucke ich halt an so ein stellen noch mal nebenbei kann ich Irgendwo schon die gegnerischen sachen die mich hier ein bisschen killen können von der seite noch mal abknallen Und wenn es geht ist cool klar wenn natürlich minenwerfer schön weit draußen steht dass man den gleich weg ballern kann ist natürlich mega geil Wenn es nicht geht geht es nicht das war es dazu Wie gesagt ihr werdet nicht angegriffen Ich glaube das ist wirklich so der der super hinweis wirklich früh am morgen am vormittag Wenn normale schulzeit ist Das soll es dazu gewesen sein ich wünsche euch was